Ich muss zu sprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streunder, und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du mir bestimmt die Parteinänge erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kertz. Vertrau ihm zu steck. Vertrau auf Deutschland. Vertrau auf uns. Falt! Kertz, los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Ambis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Was passiert mit denen? Sie kriegen das, was sie verdienen. Scheiß Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker. Vergessen Sie das nicht. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1, sein Oberkommando, gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Kertz, nach rechts. Wir müssen Sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geladen und bereit. Das sind unsere Leute da drüben. Wir müssen ihnen helfen. Empatrie auf 12 Uhr. MG Feuer eröffnet. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin hier beim Ball her. Ich bin hier beim Ball her. Station vor Ort. Alle Mann bereit halten. Die Legge, du hast was abgeklägt. Oh mein Gott. Verdammt. Die Legge, du hast es bei uns. Die Legge, du hast es bei uns. Anton 1, sein Oberkommando. Schienen sind frei von Faden. Das ist gut, Anton 1. Wenn du gegen einen Sieger, keinen Fall. Geh, du hast es bei uns. Geh, du hast es bei uns. Geh, du hast es bei uns. Die Legge, du hast es bei uns. Vorrück. Geh, du hast es bei uns. Das war's. Die Panzer sind erledigt. Gute Arbeit. Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen alle amerikanischen Truppen ausschalten. Weiter auf der Straße. Zerstören wir ihre Verteidigung. 12 Uhr. Vor uns! Unter der Lenkung fällt gleich aus. Scheiße. Nicht gut. Mach irgendwas, Peter! Tut mir leid. Ich bin nicht ordentlich hier. Oh my god, we're gonna die, ey? Die Amerikaner laufen davon. Oh my god. Oh, we have those. Nein, wir zeigen dir die Artillerie-Stellungen auf dem Hauptplatz aus. Ich wiederhole. Alle Artillerie-Stellungen müssen zerstört werden. Befehl bestätigen, Hartmann. Jawohl! Oberkommando hier, Anton 1. Befehl bestätigt. Brücken jetzt zum Ziel vor. Artillerie anvisieren. Wir haben hier eine Menge Gegner, Kommandant. Gnade, Schwäche. Ich werde meine Mutter stolz machen. Ich stebe. Ich libre. Ein wütter. Pfhi, schau. Vierhe, schau! Wierhe, schau. Kein Durchschlag! Artillerie, Stellung zerstört. Jetzt machen wir dasselbe mit der anderen. Das war die letzte Artillerie-Stellung. Pension 1. Einzige Panzerdivision versucht, den Platz zu stellen. Sofort angreifen und abstehlen! Mein Gott, das ist eine Falle! Mein Gott, Schnauze, Hartmann! Wir können sie nicht abhängen. Kertz, sehen Sie zu, dass wir immer irgendeine Deckung haben. Schroeder und Hartmann, sie feuern nur wenn sie ein Ziel haben. Was in aller Welt ist das? Keine Ahnung gegen dein... Oh! Oh, ... Because... ... ... aber die Panzerung hat gehalten noch ein Zeppau, das war's zuhren sie uns decken oh mein goodness RIP mein Gott, das ist eine Falle mein Gott, Schnauze Hartmann Kert, fahren Sie von Deckung zu Deckung Schröder, Hartmann ich will, dass jeder Schuss sitzt Schnauze 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 Repair, Bro Warum ist es nicht reparieren? Wir werden nicht mehr so schnell Wir können nicht sogar noch ein paar Body Bags oder Sandbags oder so Ich dachte, wir hatten einen Alli-Tank, auch. Ich habe einen Alli-Tank, auch. Es ist zu viele, wir hatten einen Alli-Tank. Come on, make it. There we go. 12 Uhr, genau vor uns. Hilfe! Die Lenkung hat uns abgekleckt! Was ist los? Sie nehmen Stefan auseinander! Das war der letzte. Sie haben es geschafft! Mein Gott, ich kann nicht. Das war verdammt knapp. Alle verbliebenen Panther-Einheiten. Rück'n Sie zum Sammelfunkt vor. Und attackieren Sie alle Feinsteinheiten, denen Sie begegnen. Danach drängen Sie die feindlichen Truppen aus der Stadt zurück. Kertz! Ja, Kommandant! Gut, Kertz, legen Sie los! Ich hab's gleich! Das sind so slow, man. Dannach drängen Sie ihre Köder. Dannach drinkisen Sie mich in den? Dannach dring arm aus. Dannach dringern Sieg! Dannach dringern Sieg! Dannach dringern Sieg! Dannach dringern Sieg! So viel Zerstörung. Wir müssen diese Inversoren aus der Stamm janken. Erwischen! Das ist ein Hinterhalten! Schröder! Diese Bastarde sind verrückt! Glaubt an die Stärke und an Deutschland! Die Stamm sind so schwer. Die Amerikaner haben eine Überwölmung. Die Stamm! Wollen wir uns zur Brücke? Was? Was sagt ihr da? Seid ihr verrückt? Wir dürfen den Angriff nicht abbrechen! Das ist Selbstmord. Wir werden alle draufgehen! Seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben! Das sind einfach zu viele! Beruhig dich, Mann! Herrgott, nochmal! Ruhe! Alle! Bleiben Sie den Mund! Wir sind gleich an der Brücke! Machen wir einfach unsere Arbeit! Bitte nicht im Wasser! Sie sind hier ausgescheitert! Sie ihn in Hingen nicht mit! Sp developmentalano! Sie sind hier ausgescheitert! Sie sind hier ausgescheitert! Sie sind hier ausgescheitert! Dassel 나 einen Mit march auf zum creationen zu hören. Bööö, he's interrupting me while I'm repairing Oh god Oh god Oh god We're gonna explode Oh god Sheesh I know Oh god Come on I can't I can't Bro how did that not deliver? Was war das? Bestell dich dann einfach! Ich glaube nicht, dass hier jetzt noch was kommt. Fahren Sie weiter, Herr Kerz. Nur die Ruhe, wir schaffen das schon. Oh, das ist nett. Oh, das ist zu viele Tanks, das weiß ich. Oh, das ist ein grosser Bauch! Okay. Oh, das ist ganz schön, ist aber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017